Ja, hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sorbin und wie ihr seht sind wir bereits in der ersten Instanz, in der Spindeltiefe und das ist so eine Art, ja, Commentary, kann man bald schon sagen, das heißt ich kommentiere das hier gezeigte Video und erkläre euch ein wenig die Bosse, erkläre euch die Skillungen und zeige euch, worauf es ein wenig in dieser Instanz ankommt. Dies ist einer der ersten, das ist die erste Instanz und sie ist so im Bereich von Level 10 bis Level 13 zu machen, ich war Level 9, Talia Esse war Level 8 gewesen, Durai, Rorixson, beziehungsweise mein Kumpel, Durai nennen wir ihn nur und Boborossa waren glaube ich in dem Bereich von Level 14 schon ein wenig höher. Und ihr seht, hier haben wir den ersten Boss, das ist eine weiße kleine Spinne, die eigentlich im Großen und Ganzen keinen extremen Damage macht und mein Heal kommt relativ gut durch, das Teil, beziehungsweise worum es in dem Healbaum bei mir geht, da erkläre ich euch aber später noch alles zu. Und ihr seht, Durai ist charged an, holt sofort die Aggro, ich heile derweil mit meinem Stab ein wenig, die Fähigkeit oder der Mob, der Stein Golem, den ihr hier seht, kann man herbeirufen und macht zusätzlich Damage. Was man hier so ein bisschen bei beachten muss, diese kleinen Spinnen oder auch die Große, die macht einen gewissen, ja, Flächenbereich, jetzt macht sie Flächenschaden, wenn man da drin steht, dann kann man Schaden abbekommen. Gleichzeitig casten gerade die kleinen Spinnen so Art Netze auf dem Boden und man ist dort in seiner Geschwindigkeit verlangsamt. Aber ihr seht, der Damage ist ziemlich gut, Durai kann gut tanken und da die Spinne selber noch keinen großen Damage macht, brauche ich auch nicht wirklich viel Healen. Es ändert sich aber nachher ein bisschen und ich werde ein wenig mehr zu kämpfen haben. Ihr seht, wir machen die nächsten Ads oder das, was noch übrig ist, machen wir jetzt auch noch eben weg. Loot ist leider relativ wenig, muss man sagen, es ist eher ziemlich enttäuschend. Und es droppt schon etwas bei Bossen, aber längst nicht so, wie man es beispielsweise bei World of Warcraft kennt, wie man es bei Rift vielleicht auch kennt oder bei Star Wars, The Old Republic. Das heißt, sie droppen schon was, aber es ist nicht so erfolgsversprechend, wie man es eigentlich aus Instanzen gewohnt ist. Auch die XP ist nicht besonders gut. Man macht natürlich die Quest und die Quest bringt auch einiges, aber um nochmal das zweite Mal in eine Instanz zu gehen, ich weiß nicht, ob das so lohnenswert ist. Ich würde erstmal sagen, ich hoffe, dass sie an den Drops noch ein bisschen was ändern und daran feilen. Und ihr seht, wir machen die nächsten Packs jetzt gerade nieder, das sind die kleinen Spinnen noch. Das ist alles noch halb so schlimm, ähm, zwischenzeitlich lag Talia schon auf dem Boden. Warum lag sie auf dem Boden? Ja, sie ist natürlich Level 8 und ist offenbar als Instan-Tor. Das werdet ihr auch gleich noch erkennen, dass sie relativ schwierig zu heilen ist, weil, ja, sie küsst sofort den Boden und da kann man nicht wirklich viel machen. Und ansonsten, ihr seht, die Heilung bei den normalen Trash-Mobs geht ohne weiteres, ähm, kein Problem. Und wir stehen gleich schon wieder vor dem zweiten Boss. Dieser zweite Boss ist, ähm, ja, ihr seht es dort, eine Riesenspinne und die ist schon gefährlicher. Und da muss man wesentlich mehr Damage machen, als man doch glaubt. Und, ähm, zu dem Bereich Damage, in dem Bereich, äh, kommen wir gleich, beziehungsweise zu dem Bereich der Heilung. Denn ich sage euch gleich, wie ich geskillt bin. Im Singleplayer mache ich eher den Damage, das heißt, ich habe eine andere Skillung, verwende andere Fähigkeiten. In Instanzen natürlich die Heilung. Und ihr seht, äh, die gute Schwarm-Mutter, heißt sie dort, die macht schon wesentlich mehr Damage. Der Durai geht wesentlich weiter nach unten. Bobo Ross aufgrund, dass er natürlich auch ein Stoffi ist, ähm, hält nicht ganz so viel aus. Und ihr habt es gerade gesehen, da kam der Damage gut durch und meine Heilung wurde relativ schwach. Zudem bin ich schnell Ohm und, ähm, ja, muss natürlich dann oder Absprache mit unseren Tank, mit Durai halten. Das klappte aber alles ziemlich gut. Es war eine gute Kommunikation, dass wir uns beide da richtig gut absprechen konnten im TeamSpeak. Und, ähm, er hat sofort Input bekommen, wenn ich gesagt habe, hey, Junge, ich bin gerade Ohm. Ich kann gerade nicht heilen. Er hat Fähigkeiten, um sich selbst auch ein wenig hoch zu heilen. Von daher war alles im grünen Bereich. Ich versuche natürlich immer ein bisschen wegzugehen. Ihr seht, meine Lebensanzeige geht weiter nach unten. Talia Sorayko ist in dem Fall wieder auf dem Boden und schaut sich die Erde mal von unten an. Und, ähm, ja, ich kann sie einfach nicht hochheilen. Das ist fast unmöglich bei ihr. Und ich versuche mich immer wieder zu heilen. Die Spinne greift mich zwischendurch an. Ich bin jetzt fast down. Sage natürlich noch, hier, ich habe Agro, ähm, die Spinne. Allerdings, ja, die, ähm, springt ein Random zum Teil an und bringt immer wieder Ads. Und da bin ich, gehe ich nieder. Und ihr seht, wie Bobo Rossa nach mir hingeht und versucht, mich wiederzuholen. Das hat natürlich den Sinn, dass der Heiler natürlich am Leben bleiben muss, damit der Heal auch vorhanden ist. Er schafft es auch ganz gut. Der Durai, unser Tank, holt die Agro wieder an sich, nimmt die Ads mit an sich. Und ich sage, okay, ich bin wieder dabei. Bin wieder im Spiel. Und, äh, versuche gleich wieder natürlich zu heilen. Ich muss natürlich darauf achten, dass mein Mana wieder hochgeht. Keine Frage. Mache ein bisschen Damage noch mit bei jetzt. Und versuche jetzt zu heilen, so gut es geht. Ich sehe aber auch selber, dass die, äh, große Spinne gleich auf down ist. Die allerdings kein Loot hat. Und das ist sehr enttäuschend. Ne, es ist ja schon, die Instanzen sind ja eigentlich schon so, dass man sagt, hey, ich gehe da rein, um mir Loot zu holen. Das kann natürlich alles später noch anders sein, ne, ne. Wir reden hier von der ersten Instanz und den ersten Erfahrungen. So, bevor wir jetzt hier weiterquatschen, werde ich euch nur noch schnell was zu meinen Skillungen sagen. In diesem Fall bin ich hier der Templer und bin auf Heilung geskillt. Das heißt, ich habe in der ersten, naja, auf dem ersten Button, der Eins, habe ich die große Heilung des Stabes. Das heißt, es ist eine Fähigkeit des Stabes, die man freischaltet, indem man den Stab bei sich trägt und damit, ja, sein Damage im Questen rausholt. Der macht circa alle 30, oder für insgesamt 3 Sekunden pro Sekunde 24 Heal. Ist nicht das Beste, ist eher, ja, der, ein Tropfen auf dem heißen Asphalt, kann man schon bald sagen. Und zur zweiten ist die Ehrung der Toten, das ist die Heilung der Verbündeten um 124. Und ich bekomme so eine Art Mana-Reck für insgesamt 8 Sekunden, alle 2 Sekunden 15% meines Manas. Das heißt, ich kann natürlich dort versuchen, meinen Magiker wieder ein wenig hochzukriegen, gerade im Kampf. Die dritte Fähigkeit, die ihr seht, ist ebenfalls eine Klassenfähigkeit, ist die Bestatiges Ritual, glaube ich. Ich kann es kaum lesen, ich habe es mir extra aufgeschrieben. Und gibt eine Verbündetenheilung um 100% und heilt mich um 30%. Zudem ist es so, dass nach 8 Sekunden nochmal ein 23er hier rauskommt. Und die 4, die ihr hier seht, den 4er-Button, der bedeutet eigentlich nur, dass das auch eine Stabfähigkeit ist. Und diese Stabfähigkeit hat, ähm, ja, ist relativ gut sogar. Der ist halt im Umkreis 176 insgesamt, Schaden über 20 Sekunden. Und das Sonnenfeuer auf 5 ist eine reine Damage-Fähigkeit. Die habe ich da einfach drin, weil ich den Stock noch frei hatte und nicht umändern wollte. Und ihr seht unter R, richtig, R ist die Ultimate-Fähigkeit. Ritus des Übergangs auf Stufe 3 war es bei mir. Und ist halt alle 0,5 Sekunden um 41 und ist ziemlich effektiv. Man kann sich dabei aber nicht bewegen. Und das werdet ihr jetzt auch sehen. Ja, wir sind jetzt direkt vor einem Package. Das wird jetzt gleich auch wieder in Normalgeschwindigkeit laufen. Und dieses Package hat, äh, die Tücke, dass dort Heiler mit dabei sind. Ja, das heißt, der Tank holt sie wieder ran. Und die Damage-Dealer haben die Aufgabe, die Heiler rauszupicken. Was Roborosser ziemlich gut macht. Der kennt das auch alles schon. Ne, das heißt, ich heile von hinten. Ja, ich sehe, ne, es kommt schon Damage. Da sind die, ähm, ja, die AOE-Flächen auf dem Boden, wo man nicht reingehen sollte, um möglichst keinen Schaden zu bekommen. Ich stehe ein bisschen weiter hinten. Kann das mit der großen Heilung ruhig machen. Sobald ich aber reingehen muss, und mache jetzt hier das Ultimate, ja. Das heißt, ihr seht sofort, die heilen sich richtig hoch. War vielleicht ein bisschen überflüssig in dem Augenblick. Das hätte man anders lösen können, aber gut, ne. Hauptsache, die Gruppe ist oben. Mana war ganz gut. Und, ähm, es geht direkt weiter. Und ihr seht, diese Gruppen sind schon ein bisschen härter. Ne, also man muss da schon ein bisschen aufpassen. Ähm, der Tank von uns macht das aber ziemlich gut. Der guckt auch, wir sprechen uns im TS alle ziemlich gut ab. Dass das gut vonstatten geht. Und hier ist auch ein Boss dabei. Ja, das heißt, man konnte da leider Gottes jetzt auch nicht anders hantieren. Man musste alle holen. Und das ist nun mal die Trucks. Man muss immer ein bisschen darauf achten. Ich mache jetzt wieder meine, äh, meine 3. Die eine Gruppenheilung hat. Und das Besonderes an einem Templar ist, man muss immer mit in dem Geschehen sein. Das heißt, man kann nicht direkt eine Heilung auf eine Person wingen. Ich glaube, das geht generell nicht bei The Elder Scrolls. Das heißt, man hat nur Flächen, ähm, Heilungen, wie ihr seht, auf dem Boden. Die sind immer mit diesem goldenen Kreis um mich herum gekennzeichnet. Dass auch der Tank sofort weiß, wo es ist. Ich renne immer so ein bisschen rein, um natürlich möglichst einen Heal zu kriegen. So, jetzt sehen wir alle, oh Mist, ne. Der Damage, ähm, ist doch recht hoch. Da casten wir diesen Stein-Golem dabei, um, ja, diese, weiß nicht, die Schurken, Schurken-Bossing, kann man mal sagen. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Kiris von, keine Ahnung, Kiris von Witwenmacherin oder sowas. Die macht schon gut Damage. Ich sag jetzt hier, du, hier hör mal, ich hab kaum noch Mana. Er kitet ihn, das heißt, er ist gerade am Blocken und zieht ihn vor sich hin, bis mein Mana wieder hoch ist. Und natürlich auch er kriegt ein wenig Heilung durch seinen Fähigkeiten. Ihr seht, sie ist down und sie droppt nur, ja, crap, ne. Eine weiße Scherpe in der Instanz finde ich immer ein bisschen schade, ist aber leider so. Ja, und wir sehen, ne, es geht jetzt, wird alles so ein bisschen schneller. Wir sprechen uns ein bisschen ab. Hier ist noch eine Kiste zum Knacken und es geht direkt gleich weiter zum nächsten Package, zum nächsten Boss. Und ich lass euch ein bisschen mit der Musik alleine und sehen uns oder hören uns dann gleich. Guckt ein wenig und wir hören uns gleich wieder, wenn ich etwas zu sagen habe. Bis gleich. Bis gleich. Ihr seht auch hier, unser Primärziel ist immer der Tank. Das heißt, den ersten, den ich heile, ist schlussendlich der Tank, wenn der umgeht bzw. wenn er zu viel HP verloren hat. Auch wenn zwei oder drei sind, der Tank ist das primäre Ziel. Und wir machen zwischendurch noch ein Gebet, was Durai in diesem Moment nicht toleriert und sich denkt, ey Alter, wir klicken die an und sagen, hier, bete mal für uns. Sie betet auch für uns. Durai wird irgendwann noch den Tod verfolgen im Spiel, denn schlussendlich hat er sich das Gebet nicht angehört. Das war wichtig. Sie erzählt jetzt ein Gebet und Durai zieht weiter und wir gehen auch direkt in den nächsten Abschnitt. Der ist immer so in fünf größeren oder sechs größeren Räumen aufgeteilt. Und hier seht ihr, ist ein nächster Boss, ein Zweihand, ja Ritter kann man sagen, der da hinten steht, den ich ehrlich gesagt im ersten Moment gar nicht wirklich wahrgenommen habe, weil ich doch eher meinen Blick immer oben links auf die Leisten habe, um natürlich zu gucken, wie ist der Heal. Und ihr seht, bei so einem Package, was hier gerade ist, da sind dann vier, fünf Kreise mal übereinander und dann chargen die rein und man muss sich immer so ein bisschen konzentrieren. Ab und an habe ich Aggro, aber das ist eher selten und ist eine gute Arbeit, die er hier macht. Er blockt viel. Und ich gucke, ne, mein Mana ist wieder oben, das ist das Problem. Worauf ihr achten müsst, ist natürlich, dass ihr möglichst viel Magiker habt. Das könnt ihr in drei Variationen machen. Einmal könnt ihr sagen, okay Leute, ich skille bei einem Levelaufstieg natürlich in Magiker, damit ich in der Grundbasis schon mehr habe. Das sollte man auch tun, wenn man explizit einen Heiler spielen möchte. Dann natürlich hat man die Möglichkeit über die Rüstung. Das heißt, nicht nur der Stoff hat Magiker-Bonus, nein, auch die schwere Rüstung ist ein bisschen weniger zu finden, aber schlussendlich trotzdem da. Das heißt, man hat einmal, dass man den Grund, also die Grund, den Grund des Magikas erhöhen kann. Das heißt, wenn ich einen Rüstungsgegenstand, sagen wir mal mit plus zehn Magiker oder die Regeneration. Das heißt, dass die Magiker, wie ihr es hier unten links seht, dass sie einfach schneller wieder voll wird. Die dritte Möglichkeit ist die, die ich bis jetzt noch nicht wirklich ausloten kann. Ob das Sinn macht und ob man das haben muss als Templer. Das ist einmal, dass man auf Stoffrüstung skillen kann. Denn der Baum der Stoffrüstung hat den Vorteil, dass man hierbei einen gewissen Mana-Schub wiederbekommt. Das heißt, man erhält mehr Mana. Ob das wirklich so ausschlaggebend ist, das weiß ich nicht. Das müsste man einfach mit der Zeit sehen. Ich denke mal eher nicht, aber kann durchaus doch sein, dass es was bringt. Das sieht man erst im Endgame, was auch an schwerer Rüstung für mich droppen wird. Ansonsten, ihr seht, wir machen die nächsten Packs und sind gleich natürlich wieder da, wenn ich etwas zu sagen habe. Bis gleich. Es geht schon wieder schneller als gedacht. Und hier seht ihr, wir haben hier zwei Packs, relativ groß. Der Plan war hierbei, dass wir denen die rechte Seite zu uns tanken und die erstmal machen. Das haben wir versucht, leider Gottes ist ein bisschen fehlgeschlagen, denn Durai zieht die jetzt an. Wir gehen natürlich nach hinten, dass die nach unten kommt. Klappte leider nicht. Die ganze Gruppe kam, ihr seht, da ist ganz schön was los. Aber konnte man gut hochheilen. War jetzt nicht, ihr seht es an den Nice. Durai geht ein bisschen runter. Ich sag ihn dann immer wieder, komm hier, mach mal. Macht auch alles. Und klappt ganz gut. Und ja, kriegen die Gruppe auch down, ohne dass wir sterben. Das hätte ich nicht gedacht. Talia, wie ihr seht, die kassiert sehr, 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 sehr viel Schaden. Und das kann man stellenweise einfach nicht kompensieren. Zudem rennt sie oftmals weg. Jetzt liegt sie da schon wieder. Das dritte oder vierte Mal. Und das Problem war allerdings auch, dass ihre Rüstung immer schlechter geworden ist. Und sie so wesentlich weniger ausgehalten hat. Das war nochmal der Kritikpunkt. Und da muss man auch immer ein bisschen kristallisieren in dem Spiel, im Low-Level-Bereich. Lohnt es sich, die nochmal zu reparieren? Das ist relativ teuer, gerade im Low-Level-Bereich. Oder ersetzt sich das einfach, so schnell wie es geht. In dem Fall hat sie es aber, glaube ich, repariert. Und das ging auch alles. Und wir machen die letzten Packs, bis gleich der Endboss kommt. Die große Spinne mit dem großen Kopf. Ich habe keine Ahnung, wie man sie nennt, aber das sehen wir gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Und da stehen wir bereits vor dem letzten Boss. Und ihr seht, wir müssen erst einmal vorne die Trash-Mobs vernichten, die uns den Weg zum Boss hin, zur Chefin ein wenig versperren. Und das ist auch kein Problem, denn wir pullen die ran und der Boss bleibt in der Regel da oben stehen. Man kann sie auch recht nah angreifen. Ihr seht, es ist eigentlich relativ nah an dem Boss. Der Boss kommt aber erst die Stufen runter, wenn diese Trash-Mobs im Vordergrund vernichtet sind. Ja, und wir pullen sie wieder an. Es werden natürlich die Heiler wieder nach draußen gezogen, denn auch hier sind Heiler dabei. Talia, Soralko kriegt mal wieder tierisch einen auf den Sack und ist schon wieder down. Meine Güte, ich glaube, die lag mehr auf dem Boden, als sie Damage gemacht hat. Aber wie gesagt, da konnte sie auch in dem Fall nicht wirklich was für. Und die Trash-Mobs werden relativ schnell dem Erdboden gleich gemacht. Ich habe gleich das Ultimate wieder aufgeladen und versuche natürlich, das Ultimate für den Boss-Fight zu lassen. Das heißt, dass ich dann darauf zurückgreifen kann. Außer jetzt Durai wieder umgehen. Aber es geht relativ gut. Auch mit der dritten Fähigkeit kann ich sie relativ gut oben halten. Ihr seht, es sind nur noch zwei Mobs da. Wir sind relativ nah am Boss. Der Boss kommt aber nicht nach unten. Der wartet schön. Ihr seht die Schattenspiele. Finde ich richtig gut. Und jetzt kommt der Boss nach unten und sagt Hallo. Und der Boss hat seine gewisse Tücke. Und zwar ist es so, dass er einmal mit Spinnenweben einen heranziehen kann. Und zudem ist es so, dass dieser Boss einen AOE-Schaden macht auf dem Boden, wo man pantunlichst rausgehen muss. Der Kreis wird von klein immer größer, bis er ja so eine Art Welle losschießt. Und das reißt den Damage so weit, dass man ganz schnell mal eben auf dem Boden liegt. Und dann sieht man nichts mehr. Dann ist man nämlich tot. Ja und ihr seht, Durai guckt jetzt. Wir sprechen uns wieder ab im Teamspeak. Und er macht gleich wieder den Tank und holt ihn an sich ran. Die Instanzen selber sind nur mit vier Leuten zu bestreiten. In vielen anderen Spielen kennt man uns auch mit fünf Leuten. In The Elder Scrolls Online gehen allerdings nur vier Leute in den kleineren Instanzen bis jetzt zumindest. Was später ist, kann ich noch nicht wirklich sagen, weil ich bin noch nicht so weit. Aber es geht ja auch um die erste Instanz, die wir hier haben. Und ihr seht, ich heile mit einem kleinen Stab, der eigentlich nicht effektiv ist. Eigentlich kann ich den komplett rausnehmen. Die Heilung dafür ist im Vergleich zum Mana-Verbrauch einfach zu gering. Das lohnt sich nicht. Ich kann mit der dritten und mit der zweiten Fähigkeit wesentlich mehr machen. Ihr seht, da kommt der Kreis auf den Boden von der Sprache und diese Schockwelle. Und zack ist Talia mal wieder auf dem Boden, weil sie es nicht checkt und meint, ach bleiben wir mal da drin stehen. Wird aber gerade wieder geholt. Das Ultimate ist da. Ich gucke, Damage ist sehr hoch und jetzt geht es relativ zügig hoch mit dem Ultimate. Ich hole ihn jetzt komplett wieder auf 100%. Jetzt zieht sie uns ran und im gleichen Moment kommt dieser Kreis und man muss komplett zurück. Da hat Durai fast erwischt. Da ist er gerade noch rausgesprungen. Und ihr seht, sie macht gut Damage. Ich heile jetzt wieder, weil ich sehe, dass es ihm nicht gut geht. Er macht seine Fähigkeit, womit er selber auch wieder ein bisschen Heilung bekommt. Hier genau dasselbe und er kommt wieder der Kreis. Ich war wieder fast drinnen gewesen. Nein, man muss wirklich sofort handeln und sofort rausrennen, sonst kann das echt tierisch nach hinten losgehen. Ja, so kriegt er jetzt wieder Damage. Ja, Durai kriegt auch. Arc Damage ist nur noch auf einem Viertel des Lives, kann man bald sagen. Wir machen nochmal die Heilung hoch und kriegen jetzt hier so einen Zauber ab. Ja, der uns dann auch nochmal ranzieht. Ich bin fast tot, der auch so kleine Älter auf dem Boden, aber das sind nur so Geister, die machen keinen Schaden. Die sind einfach nur da. Sie spuckt manchmal ein bisschen grünes Zeug hin, muss man einfach rausrennen. Aber ich sterbe in dem Moment nicht, wo ich dachte, das wäre schon fast so weit. Jetzt ist es der nächste, ist es der, ist es denn, ich glaube Boborossa war das, der in dem Moment dann auch kein Damage macht. Der Kreis kommt wieder, ja, Damage kommt weiter auf die Spinne und dann geht sie auch gleich down und dann war es das auch. Ihr seht, der Balken geht immer weiter nach runter. Talia ist das Problem jetzt, ihr seht es, ein Schlag und sie ist drei Viertel runter. Hätte ich jetzt natürlich heilen können, ich heile sie jetzt auch hoch, ist natürlich entsprechend auch wieder hochgeheilt. Ich glaube, da hat er mir den Heal sogar unterbrochen. Talia geht wieder down und die Spinne geht jetzt auch down. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen und ihr habt ein bisschen was von der Instanz gesehen, beziehungsweise ihr wisst, worauf ihr achten müsst. Es wird in der nächsten Zeit über den Templer nochmal einen Guide von mir geben, einen Anfangsguide, ich betone es extra, der euch dann nochmal sagt, wie man skillen kann, um auch in Instanzen zu heilen. Bis dahin lasse ich euch mit der Musik alleine und wir sehen uns beim nächsten Mal. Liken und Teilen wäre nett und wenn ihr noch ein Abo für uns hättet, dann würden wir uns tierisch freuen. Bis dahin, euer Sorbin, ciao, ciao.